OpenOffice. Mit welcher Version arbeite ich eigentlich? Um das herauszufinden, klicke ich mit dem Mauspfeil auf Menü Hilfe und anschließend auf Info über OpenOffice.org. Oder ich drücke gleichzeitig die Tasten Alt und H und anschließend die Taste I. Hier kann ich nun die Version ablesen. Das wäre in diesem Fall 2.0.4. Vielen Dank.